moin und willkommen zu einem neuen teil ls 17 auf der sebassusum ja gestern kam kein video war mir einfach viel zu haben dafür gut gespielt habe ich zwar bei der wärme und so nicht wirklich die lust gab eine aufnahme zu machen und ja es ist hier ganz gut vorangegangen wir haben ja angefangen zu ernten das sojafeld ist abgedroschen und ja die 49 haben wir auch fertig aber das wetter sieht jetzt nicht mehr so gut aus und ich wollte da hinten eigentlich mit der 16 anfangen der drescher steht auch schon in startposition aber das lassen wir jetzt erstmal noch ja ist nicht unser drescher falls sich da jemand wundert so viel geld habe ich in der kurzen zeit auch nicht zusammengekriegt ja den drescher haben wir uns vom landhandel geliehen die haben da immer ein stehen falls mal irgendwo einer ausfällt das in der satzmaschine eben kurzfristig zur verfügung stellen können und ja den haben wir uns jetzt mal da ausgeliehen und dürfen damit ein bisschen arbeiten ja soja was gedroschen wurde das wird komplett verkauft hat denn auch finanziell eigentlich ganz gut was gebracht und ja vier neue anhänger habe ich gekauft denkt mal die knies anhänger solltet ihr kennen zumindest so wie sie halt original zum download stehen ich konnte es natürlich nicht sein lassen da noch mal ein bisschen dran rumzubasteln das ein oder andere zu ändern und anzupassen aber ja so was ja dann haben wir noch also eine kleine sitzung mit dem bürgermeister gehabt ein und her und wie ja ich so ein bisschen platz brauche mich noch so auszuweiten und ja wir haben noch ein grundstück angeboten bekommen ein baugrundstück was ja wo wir denn zugeschlagen haben natürlich noch mal wieder 200.000 euro mehr schulden jetzt also ja müssen jetzt in nächster zeit mal gucken dass wir stramm arbeiten und wenig ausgeben zumal das ja auch nicht das einzige ist ihr werdet wahrscheinlich auch schon gehört haben ein paar schafe haben wir jetzt auch hier rumlaufen 40 stück habe ich gekauft die waren relativ günstig 350 euro pro schaf macht 3500 7.000 euro in schafe investiert so da kommen wir auch denn zu der sache in der letzten folge mit der silage bei den schafen das war ein totaler denkfehler von mir ich habe hier ja immer irgendwie ein anzeigeträger vom factory skript gesucht dabei verbirgt sich das hier und da steht silage ja den tipp oder dass sie doch silage brauchen hat mir ein zuschauer in die kommentare geschrieben und ich war erst am überlegen und hin und her und dann fiel mir wieder ein ja man muss hier bei den tieren einfach nur rüber gehen und da hatte ich das gesehen und ja jetzt passt das ja silageballen heuballen haben wir alles soweit eingelagert auf dem anderen hof den wir noch mit dazu bekommen haben ja sind auch schon ein paar heuballen und silageballen untergebracht und ja dann haben auch so ein kleines lager für unsere früchte wie man jetzt hier sehen kann das heißt die gerste die hier vorne drin lag da habe ich ein anhänger voll verkauft der rest ging ins lager ja ich kann es halt einfach nicht sein lassen ich brauche da irgendwie ein lager um um ein bisschen was zwischenzulagern ich kann mir auch die hall nicht da komplett voll knallen eben gucken muss ich meine fahrzeuge auch lassen ja soweit erstmal zu dem was hier neu und aktuell ist und jetzt wollen wir eben gucken die erste ladung weizen haben wir schon getrocknet der plan ist jetzt sie verkaufen zu fahren und aktuell steht der preis beim landhandel ganz gut also fahren wir da direkt mal eben hin und ja verkaufen das ganze zeug mal eben so und dann ist mir gestern noch ein ganz dämliches missgeschick passiert ich habe meine curseplay kurse gelöscht ich wollte irgendwie nur ein kurs löschen oder nee gar nicht mal ich wollte ihn anmachen oder laden und ja ein bisschen zu früh an der falschen stelle geklickt und dann war der ort an meinen ganzen fahrt wegen schon mal weg und ja dann habe ich gedacht gut denn kannst auch gleich alle weghauen und die halt noch mal neu einfahren weil man doch bei dem einen oder anderen weg vielleicht auch ein bisschen ungünstig gefahren ist und man es hätte besser machen können ja so ein paar fahrwege habe ich schon wieder zusammen bekommen feldkurse soweit noch gar nicht aber das eilt auch nicht da kommen wir schon so mit zu rande ja und nebenbei nochmal so die ein oder andere mission gemacht dass sich der kontostand so ein bisschen erhöht irgendwie wäre das wohl auch ganz praktisch wenn man nochmal ein feld dazu kaufen in der zukunft dass wir nochmal wieder so ein bisschen anbaufläche haben und ja dann entsprechend auch bei ernte mehr ertrag und entsprechend mehr gewinnen generieren können dann müssen wir aber noch mal gucken wie wir das veranstalten dann müssen wir aber noch mal gucken wie wir das veranstalten so ja noch wegen den knies anhängern ähm braucht ihr bitte nicht nachfragen ich kenne den der die erstellt hat oder den modder davon gut was heißt modder das ist ja ein giant standard modell was halt entsprechend umgeändert wurde aber ja diejenige person kenne ich nicht ich weiß nicht möchte auch nicht nach der freigabe fragen allgemein ja weiß ich auch nicht wie das so mit modden weiter geht aber momentan habe ich die sache für mich und für den 17er soweit erstmal abgeschlossen vielleicht kommt nochmal was vielleicht nicht kann ich jetzt auch noch nicht so genau sagen muss man halt alles abwarten aber ja wie gesagt für die anhänger werde ich keine freigabe einholen ich werde wahrscheinlich auch gar keine kriegen das ist der nächste punkt ja ich habe es erstmal so für mich ein bisschen umgebaut wenn jemand von euch ja ja auch so ein bisschen erfahrung damit hat sich solche sachen umzubauen oder so vielleicht dienen die dem ja so ein bisschen ja als anregung ideengeber was man vielleicht noch machen ändern könnte ja keine ahnung wie gesagt nur bevor da fragen kommen ob ich die zum download stelle ähm nein so 43.000 das sieht doch schon mal ganz gut aus mein bisschen weizen haben wir jetzt auch noch wieder getrocknet müssen wir halt nur mal ja gucken wie viel wir noch so zusammen kriegen wenn wir das letzte feld da noch dreschen und ja ein teil obwohl einlagern brauche ich mir davon erstmal auch gar nichts weil ich habe noch keine tiere die das gebrauchen könnten oder benötigen was wir aber noch machen können ist eben ja zu unserem anderen Hof also unser Außenlager eben hinfahren kann ich euch das nochmal eben zeigen und können wir gleich nochmal eine Ladung die erste laden und die auch verkaufen das ist ja noch die von der letzten Ernte die kann auch weg können wir auch oder kann ich ja jetzt auch gleich mal eben gucken ob die Anpassung von dem Partikelsystem beim Lager ob das äh jetzt richtig ist oder ob ich da nochmal bei muss das ähm ja war auch alles beim ersten Versuch ein bisschen hoch sah nicht so schön aus also quasi wenn das Getreide da über dem Rohr anfängt rauszukommen dann ist irgendwas nicht richtig gut jetzt ist auch wieder was nicht richtig weil äh ja jetzt sitzt es wahrscheinlich zu tief tolle Wurst ja da muss ich mir irgendwas anderes für einfallen lassen wie ich das äh mache und handhabe ja wie ihr seht hier haben wir schon mal eine Lagerfläche für Strohquaderballen hier vorne haben wir einmal zwei Lagerflächen für Heuballen da haben wir auch schon welche drinne und nochmal eine für Stroh und ja unsere Silageballen oder ein Teil davon ein Teil ist hier auf dem Hof und ja hier die Wiese links die gehört jetzt auch uns es geht voran ähm mal abgesehen davon dass wir jetzt insgesamt mit dem Kredit und den Kosten für das Grundstück 500.000 Euro Schulden haben ja läuft eigenen Drescher haben wir auch noch nicht wieder müssen wir auch nochmal drum kümmern und gucken vor dem Lexion hat uns der Händler ein John Deere T670 zum Testen angeboten gehabt ähm ja den habe ich nach 5 Minuten zurückgebracht das war absolut nicht mein Fall ich meine ich bin eh nicht so der riesen John Deere Fan gibt ja auch irgendwie nur so 2-3 Modelle beziehungsweise Baureihen von den Schleppern hier die ich mag und den Rest ja muss ich selber nicht haben das mal so am Rande ne ja da hinten klart der Himmel schon wieder auf das sieht auch ganz gut aus kriegen wir am heutigen Tage vielleicht den Weizen doch noch runter ja und dann geht es wieder ran Stroh einfahren Stroh pressen Ballen einfahren Flächen düngen bearbeiten neu ansehen also erstmal reichlich zu tun wobei das Stroh vom Soja das wird komplett verkauft das wird lose aufgesammelt und geht direkt zum Viehhändler hin und ja das andere presse ich denn komplett guck mal wie viele Ballen dabei rumkommen ne ein bisschen durch die Hecke gefahren und dann können wir mal noch entscheiden was wir machen oder wie viel wir verkaufen wie wir Ballen dabei halten alles nicht so einfach so ich will auch versuchen mir das mal anzugewöhnen wenn man hier so ja zugange ist doch mal ein bisschen mehr das IC beim Ein- und Aussteigen mit zu benutzen ja mal so ein bisschen rumexperimentieren vielleicht die ein oder andere Spielart anwenden gibt es ja immer was zu verbessern gerade auch gleich bei mir oh noch eine komplette Ladung fertig ja gut das kann ich ja noch aufladen ja hier werden dann auch noch so einige Ballen bei zustande kommen ich freue mich schon auch darauf auf der 16 zu pressen das ja ich glaube hier hatte ich letztes Mal 73 Quaderballen auf der Fläche gehabt ne 72 so ja die 16 wird denn wohl die 100 übersteigen so ja gucken wir nochmal eben ob die Schafe genug Wasser haben ja das reicht noch ja da werden wir demnächst auch nochmal ein paar paar mehr mit zukaufen die 40 Stück die bringen uns ja nun auch nicht so unbedingt weiter dürfen ruhig ein paar mehr sein jetzt ist warte mal ich hab noch ne ähm ähm gibt das hier Hühner auf der Map oh jo 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 bei Bauer Wilhelms Hühnerstahl und ich vermute mal hier muss ich auch irgendwas kaufen oder nicht wofür ist er überhaupt da das oh ja äh wir stecken uns ja einfach mal eben ein jetzt ist die nächste Frage wofür er gut ist mein das Teil hier wird irgendeine Bedeutung haben und mein Bauer Wilhelms steht hier auf der Karte auch markiert als Verkaufsstelle hm 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 Mais ja Mais haben wir nicht also passt das brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern ist schon mal interessant zu wissen dass hier äh ja die Hühner sind ja ich kenne die komplette Karte auch noch nicht mal hier und da nochmal gucken lernen was da so dazugehört jetzt gucken wir mal wo wir unsere oder die eier der hühner verkaufen können hier scheinbar nicht ja gut beim landhandel gibt einige maps die das so haben macht uns die karte da etwas schlauer ich meine gut ist jetzt auch nicht so wild dass wir auch noch rauskriegen wir gucken einfach mal beim shop vielleicht haben wir da ja auch glück nein sieht auch nicht danach aus gut irgendwann werden wir es rauskriegen falls das jemand von euch weiß darf er mir das gerne in die kommentare schreiben und ansonsten ja was das jetzt noch heute damit verabschiede ich mich ja mit sprechen habe ich es heute auch wieder ja vielen dank für zuschauen ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und spaß gemacht lasst gerne ja ich saß ja mit sprechen heute katastrophe ja lasst gerne daumen da möglichst nach oben und falls ihr noch nicht abonniert habt dürft ihr auch gerne tun kostet ja nix und bis zum nächsten mal tschüss